Musik Was geht ab meine Damen und Herren, mein Name ist TomahawkPayne und heute bin ich wieder mal am Start mit einem neuen Video Und heute zeige ich euch mal wieder ein ganz neues Spiel, nämlich Pikmin 3 für die Nintendo Wii U Das ist der neueste und endlich muss man ja sagen mal wieder ein Gameplay mäßiger Kracher aus dem Hause Nintendo Denn seit Einführung der Wii U gab es da ja zumindest hauseigene Exklusivtitel relativ wenig Jetzt haben wir endlich wieder was und das ist Pikmin 3 und das ist ja auch ein Strategiespiel Und die sind ja sowieso auf Konsolen relativ selten zu sehen, deswegen ist das immer eine sehr schöne Sache Ich habe bisher sehr viel Spaß damit, ich habe euch heute ein paar Gameplay-Szenen da mal zusammengeschnippelt Wo man ein bisschen was davon sehen kann und vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen Ich persönlich denke nicht, dass dieses Spiel reicht quasi ein System-Seller zu werden Das ja so viel bedeutet wie Das Spiel ist so gut und so toll und kommt so gut an bei allen Leuten Auch bei denen, die nicht das Spiel, die Konsole haben Dass sie sich aber deswegen eine Konsole kaufen wollen Das glaube ich ist bei Pikmin nicht der Fall Also es läuft, ich weiß nicht, vielleicht wenn jemand von euch das jetzt hier sieht Hat das jetzt schon mal auf YouTube in der Werbung vor dem Video gesehen oder vor Videos irgendwo Oder halt im Fernsehen auch, weil da kommt diese Werbung auch für dieses Spiel Die wollen schon versuchen natürlich auch dieses Spiel heranzubringen, aber es ist halt was Spezielles Das Strategiespiel, wie gesagt, auf Konsole ist ein bisschen schwierig Und das muss den Leuten schon gefallen Jetzt fragt ihr euch natürlich erstmal, ja was ist denn Pikmin 3 überhaupt, worum geht es? Das ist erstmal der dritte Teil natürlich aus der Pikmin-Reihe, es gab schon zwei Teile davor Die liegen aber schon Jahre zurück, zu Zeiten des Gamecube Und man hat sich da sehr viel Zeit mit der Entwicklung gelassen Jetzt endlich, quasi im Jahre 2013, bringen sie dann Pikmin 3 heraus Und die Entwickler selbst haben gesagt, es ist das beste Pikmin Man hat sich so viel Zeit gelassen, um das Ganze wirklich auf ein neues Level zu heben Und natürlich auch um die Fähigkeit der Wii U voll auszunutzen Das ist auch durchaus gut gelungen Und ja, es ist erstmal natürlich auch zur Story ein paar Worte zu verlieren Denn das interessiert die meisten Leute auch Gibt es eine Story? Was ist die Handlung von dem Spiel? Es sieht so aus, unsere Hauptprotagonisten, das sind so Raumfahrer, die leben auf dem Planeten Kopai Und da gibt es eine Hungersnot, warum auch immer Und man muss dringend Nahrung beschaffen Deswegen werden diese drei Raumfahrer ausgesandt, um auf dem Pikmin-Planeten Da, wo sie dann letztendlich landen, den haben sie vorher gescannt und da gefunden Nein Gott, da gibt es ganz viele Früchte, da müssen wir hin Und deswegen machen die sich dann auf den Weg und landen auf diesem Planeten Das klappt allerdings nicht so, wie sie wollen Das Raumschiff hat irgendwie eine Panne und alle drei Astronauten werden irgendwie auf der ganzen Welt da verstreut Und die müssen sich erstmal alle wieder zusammensuchen Und dann trifft man eben dort in dieser Welt auf die sogenannten Pikmin Das sind die kleinen Figuren, die so ähnlich aussehen wie kleine Pflanzen Und da gibt es verschiedene Arten von Pikmin, die alle verschiedene Fähigkeiten haben Ich werde das jetzt nicht alles explizit aufzählen Wie gesagt, ihr seht das hier in dem Video, da gibt es die roten Pikmin und es gibt die Stein-Pikmin Ihr seht, denke ich, auch wie in welcher Art man die auch zum Beispiel einsetzt kann Da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen Jedenfalls, die Pikmin schließen sich sofort einem an und unterwerfen sich dir Und sind dann deine Diener Sie tun alles, was du willst In erster Linie natürlich sollen sie Früchte einsammeln Denn das ist das Primärziel natürlich, Früchte sammeln Aber wir sind natürlich am Anfang der Story erstmal dazu gezwungen Erstmal das ganze Team wieder zusammen zu sammeln Und deswegen muss man natürlich die Pikmin dann auch dazu benutzen Dass man eben sein Team wieder zusammen findet Und dann letztendlich auch natürlich Früchte findet Rätsel lösen und Gegner besiegen Kleine Gegner, große Gegner, ihr seht das hier im Gameplay auch Gibt alles mit dabei Es ist, wie gesagt, ein sehr interessantes Gameplay Also nicht dieses Gameplay, was läuft, sondern wie das gespielt wird Denn es ist so, dass man eben entweder die Möglichkeit hat Man spielt komplett mit dem Wii U-Controller Also mit dem Touchpad Wo man die Karte direkt davor hat Und man steuert dann ganz normal mit L&R-Stick Oder man spielt, was ich jedem nur wärmstens empfehlen kann Mit Wiimote und Nunchuck Weil da hat man natürlich dann die Möglichkeit Durch Bewegungssteuerung den Pointer zu benutzen Und wie man das hier auch sieht Wo man die ganzen Pikmin dann hinwirft Und wo man hin zielt Das kann man dann mit der Hand, mit der Bewegungssteuerung machen Das ist definitiv viel sinnvoller Und deswegen kann ich das da auch jedem nur empfehlen Das läuft im Prinzip so ab Man hält eben seine Pikmins immer um sich herum Man kann dann auswählen, wie viele von welcher Art man gerade um sich haben will Und dann pfeift man mit seiner Pfeife Hat die dann alle um sich herum Und kann die dann zu einsetzen Zum Beispiel, um eben Gegner anzugreifen Dann werft man sie auf die Gegner Oder eben, wenn man zum Beispiel Früchte gefunden hat Dann wirft man sie auf die Frucht Da stehen dann immer Zahlen dran Zum Beispiel 4-5 Das heißt, man hat gerade 4 Pikmin, die gerade das Teil tragen wollen Man braucht aber 5 So einfach ist das Je nachdem, wie groß dann die Viecher sind Zum Beispiel der Endboss, den man hier sieht Wenn man den besiegt hat Dann braucht man dafür, glaube ich, 20 Pikmin, die den tragen Das ist also schon sehr interessant gemacht Ich finde es ein cooles Spiel Und mich interessiert mal, was ihr dazu denkt Sagt mir mal, was ihr generell von solchen Art von Spielen haltet Und ich freue mich Denn Pikmin 3 ist nur der Anfang von Nintendos Offensive Mit guten Exklusiv Titeln Nächsten Monat geht es weiter mit The Wonderful 101 Und wir kriegen dann alles nach und nach reingebrettert Donkey Kong, Wii U Party Mario 3D World Und dann Anfang nächstes Jahr im Frühjahr Mario Kart Und dann gibt es auch noch Super Smash Bros Ich bin gespannt Ich hoffe, ihr seid hier auch mit dabei Und das war's Mein Name ist Tom Hawk Payne Bis zum nächsten Mal Zeig gerne auch mal was anderes Tut mir leid Für all die, die irgendwann immer nur den langweiligen Scheiß von Call of Duty gucken wollen Verpiss doch War nicht so gemeint War nicht so gemeint Call of Duty ist auch cool Aber nicht so cool Nicht mehr ganz so cool Wie früher vielleicht war's mal cooler Aber jetzt nicht mehr ganz so cool Geht immer noch Aber wie? Ich meine Ich meine, es ist schon ein bisschen cool Wenn man Call of Duty macht Ich weiß nicht Bin ich auch cool Aber nicht so Sehr wie mein ganzes Alles steifelt